Lohnt es sich, als 3D-Druck-Dienstleister auf der LinkedIn-Plattform aktiv zu sein? Darüber wollen wir jetzt sprechen, denn es kommt immer wieder die Rückfrage, wie viel Zeit soll man dort investieren, wie soll mein Profil ausschauen, macht es dort überhaupt Sinn, Geld reinzustecken, was soll man darauf posten und teilen und ist es überhaupt seriös, dort auch aktiv zu sein? Die Fragen, die möchte ich Ihnen jetzt alle in diesem Video sozusagen auch beantworten, speziell wenn Sie 3D-Druck-Dienstleister sind. Damit willkommen in diesem Video. Ich bin Johannes Lutz von 3D-Industrie und wir helfen und beraten 3D-Druck-Dienstleister dabei, mehr Umsatz zu machen, an Premium-Kunden zu kommen und Kleinserienaufträge zu fertigen und wir beraten auch in den Bereichen Geschäftsmodelle und strategische Ausrichtung als Dienstleister und dabei kommt natürlich dieses Thema LinkedIn auch immer wieder hoch und man fragt sich, soll ich da was machen, ist es eine Plattform, lässt sich darauf was holen, etc., etc., etc. Vor allem auch lohnt sich der Sales-Navigator und dafür auch monatlich irgendwie 100 Euro dafür auszugeben, wenn man in der Position als 3D-Druck-Dienstleister ist. Und auf die Punkte möchte ich jetzt eingehen. Ich habe also dieses Video ein bisschen strukturiert, denn wo ich damals mit LinkedIn angefangen habe, so meine ersten Postings, ich habe nämlich ganz zurückgescrollt, das war nämlich damals 2017, dort habe ich damit angefangen und dort war aus meiner persönlichen Sicht noch relativ wenig auf LinkedIn los. Das hat sich dann zu dem Ereignis damals 2020 bis 2022 ganz stark verändert, dass LinkedIn immer mehr Nutzer bekommen hat und sich dort auf dieser Plattform viel, viel mehr getan hat. Und seitdem nutzen wir auch LinkedIn ganz stark und wir von 3D-Industrie haben große Erfolge bisher, auf LinkedIn auch feiern können, wenn es ums das Thema Neukunden geht und natürlich Vertrauen aufbauen. Und das lässt sich als 3D-Druck-Dienstleister auch ganz toll nutzen, vor allem wenn Sie ein Netzwerk aufbauen wollen. Viele sehen so das Thema Netzwerken, ja das ist anstrengend, aber das haben wir aus der letzten Zeit gemerkt, wenn man gut vernetzt ist in der 3D-Druckbranche und zusätzlich auch gut vernetzt mit seinen zukünftigen Interessenten und Kunden, dann lässt sich daraus natürlich auch einiges an Geschäft daraus auch generieren. Zudem kommt natürlich auch, dass Sie sich auf LinkedIn ganz klar auch positionieren müssen. Das heißt, Positionierung, das bedeutet, dass Sie für etwas stehen und sozusagen gegen etwas anderes, dass jemand, der Ihr Profil sozusagen besucht, auch an den Punkt kommt und merkt, okay, derjenige kann klar und gut kommunizieren, ich fühle mich da richtig bei dessen Profil, den schreibe ich an oder ich folge demjenigen oder es ist interessant, was der macht. Denn wir Menschen lieben es, wenn wir von Anfang an auch Klarheit sozusagen bekommen und sofort sehen, was macht denn derjenige oder was macht denn diese Firma, was bietet diese Firma an, welches Problem löst diese Firma. Und dabei müssen Sie Ihr Profil entsprechend auch gut füllen mit den richtigen Informationen und bestimmte Reibungspunkte im Endeffekt dann auch weglassen. Und womit man auch noch viel weiterkommt beim Thema LinkedIn ist, wenn man mit dem Netzwerk und man sich positioniert hat, sein Profil passt und natürlich nicht nur der Konsument ist auf LinkedIn, also dass man LinkedIn auf dem Handy hat und die ganze Zeit nur durchscrollt und schaut, was die anderen machen, sondern dass man dort auch selber ganz stark aktiv ist, dass man selber etwas postet und auch, dass man mit den Kontakten chattet. Und da meinen die meisten jetzt, okay, da muss man E-Mails schreiben, aber es heißt chatten und nicht lange Texte schreiben. Also es heißt, die Person, die vielleicht für Sie interessant ist, in dem Fall, dass Sie sagen, okay, Sie haben eine Herausforderung bei dem Unternehmen gesehen oder haben eine bestimmte Frage an das Unternehmen, um dabei schlussendlich dann auch ins Geschäft zu kommen, dass Sie die auch anschreiben. Ich persönlich werde ganz oft auf LinkedIn angeschrieben und ich sitze dann manchmal am PC oder am Handy, wenn ich mir diese Fragen dann so durchlese oder diese Chat-Nachrichten. Ich weiß manchmal gar nicht, was ich antworten soll, weil entweder wird keine Frage gestellt oder der Text ist so kryptisch geschrieben, dass man sich wirklich schwer tut, was soll man dort jetzt antworten. Ich lösche die Nachrichten dann meistens immer, weil für mich es einfacher ist, die Nachricht zu löschen, anstatt entsprechend zu antworten. Und genau so geht es den meisten dort auch, dass man sich auch immer fragt, was soll ich denn dort im Endeffekt auch der Person schreiben, damit die im Endeffekt antwortet. Und dabei geht es natürlich auch ganz klar darum, sich mit dem Gegenüber auch zu beschäftigen, das Profil anzugucken und eine Gemeinsamkeit herauszufinden. Das klingt jetzt relativ einfach, aber bei uns in der Beratung, wir haben einen speziellen LinkedIn-Kurs, dort geben wir diese Inhalte entsprechend auch mit. Wie schreibt man die Personen entsprechend an, um eine Rückmeldung zu bekommen? Was sind gute Texte, die man dort sozusagen nutzt? Und welche Schritte sind notwendig, um schlussendlich auch Vertrauen aufzubauen? Das bedeutet, man kann durch LinkedIn großes Vertrauen aufbauen, indem man immer wieder Dinge postet, womit man natürlich Gemeinsamkeiten sozusagen entdeckt. Und das ist meine persönliche Meinung, 90% der Tätigkeit auf LinkedIn ist immer wieder nur aufzutauchen und immer wieder das eine Gesicht zu sehen oder entsprechend diesen Brand oder diese Marke sozusagen zu präsentieren und immer wieder aufzuzeigen. Also Vertrauen aufbauen, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und wenn Sie natürlich ein gutes Netzwerk haben, Sie sind positioniert, Ihr Profil passt, Sie schreiben mit den Leuten, Sie bauen Vertrauen auf, dann haben Sie nahezu fast gar keine andere Möglichkeit mehr, um mit den Leuten so ins Gespräch zu kommen, dass daraus auch ein Neukunde sozusagen auch entsteht und derjenige auf Sie aufmerksam geworden ist und auch durchaus dankbar ist, dass er in Zukunft auch Teile von Ihnen bekommt. Also, wenn Sie dort jetzt noch merken, okay, das weiß ich aber schon alles, aber irgendwas hält mich daran noch zurück, 3D, also LinkedIn im Zusammenhang mit der eigenen Technologie, die Sie anbieten, also 3D-Druck dann auch noch zu nutzen, dann kann es vielleicht sein, dass Sie die Leute gar nicht anschreiben, weil Sie vielleicht nicht wissen, was Sie anschreiben und zusätzlich auch noch die Angst haben vor der Antwort, die kommt. Also ganz oft stellen wir eine Frage nicht, weil wir Angst vor dieser Antwort haben. Also wenn Sie Angst davor haben, dass ein Nein oder ein kein Interesse oder kein Bedarf oder im Endeffekt gar nichts zurückkommt, dann sollten wir dort erstmal nochmal genauer nachfragen, ob es vielleicht doch eine mentale Blockade gibt, sich nach außen sozusagen zu präsentieren und sozusagen auch eher in die Masse hineinzugehen und diese digitale Angst davor zu nehmen, präsenter zu sein. Also das sind wirklich Punkte, wenn Sie LinkedIn für Ihr Unternehmen in Zukunft nutzen wollen und Sie darüber mehr präsentieren möchten an Lösungen, die Sie bereits geschaffen haben, dann kommen Sie zu uns ins kostenfreie Erstgespräch. Wir können Ihnen dabei einen konkreten Weg auch aufmalen. Was sind Ihre konkreten Schritte? Wie sollen Sie sich im Endeffekt auch konkreter positionieren? Was sind Vertrauensmaßnahmen, die Sie auch machen müssen, um angeschrieben zu werden, um im Endeffekt auch mehr Follower zu bekommen oder auch mehr Kontakte zu bekommen in Ihrem Netzwerk? Dabei haben wir schon eine ganze Strategie ausgearbeitet mit vielen unserer Kunden in der Beratung, vor allem mit den 3D-Druckdienstleistern. Also wenn Sie dort einen Weg brauchen, tragen Sie sich einfach bei uns auf der Webseite zu einem kostenfreien Erstgespräch ein und wir prüfen ganz genau, ob und wie wir Sie dabei dann auch unterstützen können.